Diffamierung. D-I-F-F-A-M-I-E-R-U-N-G. Diffamierung. Mach die Torf, ihr Bullen-Schweide! Alter, ich spalle jetzt eure ganzen Scheiben kaputt, ihr Drecks-Bullen! Bam! Scheiß auf eure Scheiben! Scheiß auf die Scheiben! Du kommst jetzt echt in die Gruppe, warte mal unter, ist er! Jawohl! Hä? Was hab ich gemacht? Aber Jenny fragt davor, wie viel Kopfgeld er hat. Äh. Sag mal... Mal eben ne ganz... Bam, Junge, da liegst du! Schneide ich! Ihm mach ich denn. Ah, na komm! Wo ist das Aim? Wo ist das Aim? Bam, Junge, ich bin der Killer! Komm her, Toro, Toro! Toro! Hm! Nee, warte mal! Du darfst mich nicht töten, ich bin Sith! Ich weiß! Willst du reden? Ich töte auch keine Menschen, ich bin... nein verrückt! Ich muss das Movie Maker! Ich muss nur noch ausreden! Und ich will einen bestimmten Teil von diesem Video verschnellern! Den anderen, also so was wie, den Anfang langsam, ganz normal, das in der Mitte dann versnellert und dann wieder... Es war alle Scheiben kaputt! Dann mach das doch! Ich weiß nicht wie! Movie Maker wird das mal kaum funktionieren! Movie Maker kannst das ganze Video einfach schneller machen! Ja, das wird aber dann nicht gehen, mein Movie Maker Schatz! Du setzt einfach einen Schnitt von da, wo es lang, äh, wo schneller werden soll! Und dann soll ich beide Videos auf einmal machen! Na, ich schuldige! Das Video, also du machst quasi aus einem Video zwei! Ah, Alter! Mach das Video schneller! Nach Beschädigung!